Hallo, ich bin Sarah, Mitarbeiterin bei ROLEC und zeige Ihnen jetzt, wo unser prämiertes Aluminiumgehäuse AluDoor so zum Einsatz kommt. Zur Steuerung der Pumpe am Betonpumpenwagen hat sich der Hersteller für AluDoor entschieden, weil sich der Deckel des Gehäuses aufklappen lässt und unverlierbar ist. Ein klares Plus bei der Wartung der Systeme. Für diese und viele andere meteorologische Messstationen haben sich die Wetterexperten für AluDoor entschieden, weil es dank der korrosionsfreien Verschraubung und der hohen Schutzart bestens für den Einsatz bei Sonne, Schnee und Regen geeignet ist. Bei dieser Firma gibt es einen Top-Secret-Sicherheitsbereich. Zugang nur mit Chipkarte, Fingerabdrucksensor und so weiter. Der CEO fand das einzigartige Design von AluDoor ultra cool, äh, modern und die Gehäusegröße passt ideal für das Zugangssystem. In vielen Tunneln wird AluDoor zum Schutz von Datenloggern verwendet. Diese werden zur Branderkennung, zur Überwachung der Zwischendecken und zum Aufspüren überhitzter Kabeltrassen eingesetzt. Zahlreiche Windparks nutzen AluDoor für die Steuereinheit der synchron laufenden Positionslichter. Die Gehäuse sind an den Türmen montiert und trotzen Wind und Wetter. AluDoor, die neue Premium-Gehäuse-Generation mit Tür. Gewinner des German Innovation Award 2023. Human Design Technology Bis zum nächsten Mal.